Maude, was ist mit dir? Maude, sag, du hast das so in Röwisch. Ja. Ja, auch ein Kahnar, weil der ist die Noll ewig krank. Aber Maude, du sagst, du auch nicht sehr. Wir haben Küsse im Bibelstirn das Thema Nächstenliebe. Du, und was du nun sehr in Geist, das ist gar nicht christlich. Sag, du, mein Nächstenliebe. Du, wächst ein paar Gräufe, oder du noch? Du, Freunde, das sind doch kein Paragrafen, das sind Geboten. Das musst du endlich wohl weichen. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, dass du das so mit Kahn kässt. Frau, hast du nun komm von Mannen noch nicht? Wenn ich mich da noch recht erinnere, dann muss man nur mit Bräutchen lernen, ja. Ja, da habe ich auch noch ins Ohr gestohlen, den muss ich auch hinein lieben. Wo ich nun bin ich näher, kommt der frische Wind in den Karten. Und sonst ist das Kartenmeister auch immer voll. Und die Freude, die Himmel, die Pistose auch nicht. Dann kann ich dann anschließen, er Pistose hier und er Pistose da. Ja, ist rein gewaltig, ne. Obwohl, die Genole hergau'n. Ich wohl nämlich nette, ich schnarrt hier, warum hier noch gar nicht sein. Aber, Frau, die Kiechung, die man ruhig mal an. Du, das ist ein moe Kehl. Ja, man sahen aus Möhrens in Kneipen, ne. Du hast doch kein moe, und da war doch ein Hebel nächst geworden. Und um Helden, da kommt Fidi noch immer ein paar Bären als Charakter wie. Aber das sagt auch immer, dass das so ein feiner Kehl ist, ja. Du, das sag' ich ja. Und darin kommt nun noch nach dem Helden. Woh, der Bibelkreis, das ist erst von uns. Ja, ja, äh, 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 aber wir wollen noch was verbreiten. Ich hoffe, dann. Ja. Oh, Herr. Ich hör' ja' auf die Rösel. Das kann kapiten mal löten. Das muss ich mich noch nicht anders. Ich auch. Ja. Du wirst gar nicht. Ich mit meinen Röseln komm so gar nicht weg. Ich komm gar nicht hoch hier. Ja, oh. Moin, Johann. Du ist heil allein. Moin, Jakob. Wann wun du denn? Du bist ja gewaltig an Fleiten. Geil die da zu gau'n? Obwohl, wun leint. Bro, mi gau dat gau'n. Obes, waz all ich dir von di hoch leint will. Min Papa sagt immer, die nur leint, wie sowieso nix an wird. Dat sagt di Papa. Tja, wenn di Papa dat denn sagt, der soll dat ja wohl stimmen, ne? Ja, ik wun de eigentlich o bloc frau'n, auf hektwicht de wohl wehe. Tja, dat frau' doch. Dat sag ik frau'n. Auf hektwicht de is. Ah, jo, jo. Is mit dich de wohl? Ne. Der ist de ne. Und ob fernseh de wär, löw ik ne, dat er mit dik trocken go'n. Aber, sag mal, wat wulst du denn van hektwicht? Ja, dat isch so. Min Papa sagt, ik be'n uja altartig johr. Uja, hektwicht, de wär 28 johr. Ja, und, waz all dat bedo'n? Ja, min Papa sagt, und wenn ik blot'n löntje boke, wie ik hagen, ob ik o drähertter land, de kuf ik ook nog brug. Nis du wat da, vorn u wechstum. Dat kast ik vorn, mein Tee. Hättest du ik verstaunt, dat kast ik oeim na beteel. Ja, abe kast ik oeim na, ik büte so'n's beteel. Ik maag dat mir in de scherdege mit me. Seid tak, dat du verschwindst, dan bestrijden om ongeluk. Wat een elend. Zijn droge johrkof, onontschriftige heet wie, nooit echt, nooit echt. Jongen, ik heb je glas, ik m'n ruwepiever gegeven. Wank u dat dat geen eigen mitkreegheb, dat we geen door de doorlaat nog opvlogen. Jongenie, wat eerst du der? Proot en ik van. Ik heb zo'n Rieten in het lief, dat kan kon ik volheulen. Abes du beschoog, Doktor, kanst du mij niet helf? Ja. Ja. Dan moet ik den Stoulen onderzaten. Kunnen we dat verlaat met me verbi? Ik verlaat bij die verbi? Met Stoulen? Doe ik moet onderzaten? Heb ik toch sacht. So, ik heb nu geen Tiet meer. Doe wees nis gegeven. Ik heb neuletermine. Korte? Ik wil ook zijn dat wat klauen dan komt. One Stoulen onderzaten. Ik laat de korte. Ik wil ook zijn dat wat klauen dan komt. Jongenie. So, nu, los. Wer gaat die dan? Ik moet mij opstelen. Ik wil nog de store. Ik wil nog wat verbereiten. Wat voorbereiten? Ja. Wat voor het, ehm, Wat voor het Frauenkreis. Oh. Hé. Ja, ja. Dan trek er af van mij. Maar dat vind ik je nou eens zien. Ik moet je maar weten. Wofür krijgt de store zijn geld, wanneer nu de arbeite aan klauen maken? Ja, dat is zo. Pestoren wil geen dat Frauenkreis met wat groot wordt. Oh. Oh, nee. Du, ik wil ook nog wat die voorbij komen. En die persoonlijk vragen, of de niet ook komen wil. Ja, dan kan ik hem ook wat persoonlijk zeggen. Dat is daar geen lust toe hebben. Dat is nog een paar blöden idee waarom de arbeite maken. Maar dan kan ik wel eens zien, welk er alp is. Nee, daar komt niks gescheit. Ik wil ook wel eens zien. 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 Ich habe einen Tast Tee nirgends, aber ich habe noch keinen Tick mehr. Nein, Tee nirgends nicht. So zwischen der Gifte hat hier nichts zu trinken. Hier war nämlich noch verdammt und nicht bloß Tee drungen. Hab ihr gewesen, Kunt. Ich glaube, dann wäre er langs. Tschüss, könnt ihr das noch mal überlernen. Recht herzlich willkommen. Tschüss, ich verstehe. Tschüss. Das ist doch noch mal gut mit, ja. Ja, ich kann auch mal. Johann, ich muss noch doch mal was legen. Ich meine, dein Vater sagt immer, wir haben nichts was wir brauchen können. Ja, ja, noch doch vor. Ja, was brauchst du denn? Der sagt doch was. Ein Stahl. Ich habe es gar nicht so blöd, du Kind. Ein Stahl. Stahl? Was wollt ihr mit dem Stahl nirgen? Kükenstahl, Hörnstahl? Was wollt ihr mit dem elektrischen Stahl nirgen? Wer guckt, dann hat er einen Kükenstahl. Ja, von mir auf. Der nehm heftig Stahl nirgen mit. Der ist ja sowieso mehr mit der Stahl an sein Haus, ne. Wir haben den großen Bodenhoff und Stahl nirgen zum Bimmelslein. Ach. Ja. So. Jetzt nehmen wir mir einen Furt mit. Ich muss doch gehen, ne. Oh. Oh. Ja. 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 Du wirst nun endlich in dem richtigen Olle, wo du anfangen konst, ein Fröntchen nirgen. Du weißt schon, wo wollt ihr mein, ne? Ja. Und, und was soll da nun heißen? Ja. Du weißt schon, was? Wichter mit Jungs. Und Jungs mit Wichter. Und so waren alle. Ach, Vater. Wenn du nur noch anfangen wollt mit dem Immen und dem Blumen, ne? Du. Doch, aber werde ich allein beschreiben. Ja. Dann werde ich wohl. Aber sag mal. Äh. Hast du denn noch mal nie einen Uppkinken? Sonst wäre nicht. Ich habe allein verdient. Wie? Du hast allein für mich? Was soll das denn nun? Ja. Nee. Dann die dann noch sogar das Petronella, ne? Der ist auch überbleiben. Und von da will er nix mehr. Ach, Vater. Dann mag die Mannschaften hören. Ich soll wohl noch einen finden. Ich schau mich passen leid. Aber nun sag ihm, äh. Wen hast du denn für mich Uppsucht? Tja. Ja. Du. Er ist das einzigste Kind von Grodenbodenhoften. Der ist Traum. Ja. Ja. Der läuft in den Furtberg. Und von Olle, der passt. Du gehörte dich. Er ist so und die da, die rum. Weißt du? Tja. Und wo sucht der Hund? Wo sucht der Hund? Wo sucht der Hund? Ja. War mein. Was sucht. Wo sucht der Hund? Tja. Machen wir doch ein bisschen auf die Engelbete achten, ne? Ach, Vater. Wenn du da in den Seelen da bist, ne? Dann ist doch selbst so ein Haiopein. Nee, nee. Da kannst du nun auch nicht sehen. Da musst du auch nicht sehen. Nee, nee. Ach. 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 Was ist nun denn? Den Doktor hätt fortmorden, da dat ik min Stahl behe. Den stehren doch hin und er isst gelten isst, ne? Ja, ik moet ook je fortne hin. Ik moet man als nolu eenstau want metbringen, dat ik ekstra sicht. Ja, dan seid eu dat dat ik m Homekomst. Ne? Wie beiden moet nem ich nog wat met alle beproken. Seid eu dat ik verschwinde dat. Oh, heidwig! Wie her moest je zo langig zijn? Wo ga je dit dat? Seid eu dat jij ook raus. Hew ik toch seg. Wir merden allemaal zo beproken. Oh Gott, wie schlimm. Warum? Es ist so gut, dass du dir so große Gedanken um den Glückmochten da bist! Solange, dass du so ein Duddler, was Jakob ist, du siehst ja gar nichts mehr! Du willst doch vorlesen, ja ich und dich, wenn du weiter kannst, ich werde mich noch vor den Klostern! Oh Gott, ist das wie schlimm! Du, da musst du nicht sehen. So dumm, dass sie ist da, die ist, und das ist da nicht so, und ich kann auch alleine den Trecker fahren. Oh, wie gut, das Schreckste. Oh, ist der Wehr so schlecht. Der Gott nicht. Dantje, Dantje, komm, ey. Dantje. Mann, was balkst du ihr denn so rum? Du, ich muss was mit dir gebrauchen. Seht hin. Na, hätte denn die Tipe, wir auf dich, aber ich muss auch klauen. Hätte ich, seht ihr hin. Oh, Mann, stäulen die Minden in den Parkstrauen, aber ich, ach, was ist denn da weh? Du, ich bitte weh, weh, so schlecht. Du musst irgendwas mit dir machen, du musst mit dir nach Dokt reinkommen. Irgendwatt stimmt mit dein Weg nicht. Ja, das ist mir gar umfallen. Du, und ich lief dich, ich war auch ein Dickes. Von Dach auf Dach. Oh, Mann. Hoffentlich ist das nix Schlimms, du. Du musst nur noch den E-Dokt sehen. Aber ich, weißt was, ich lief, der kriegt auch Gott keine Ruhe mit dem Bibelkreis und Frauenkreis und Kartenkuchen und was noch alles. Aber ich, weißt was, ich mach, wir sind mit Arbeit klauen, dann kann ich doch achte rangehen. Weißt was, Du, Jösses, komm nicht mehr, dann kannst du mir was nicht mehr. Komm her. Du, Jäntje. Du weißt, ich komm nicht vor mir der Ruhe stecken, nein. Nun, kijk mal, ich kann ja nicht mehr liggen, du. Ja. Ich sag, ich muss wer an allein gehen. Mann, du. Mann, du. Wer hat den Eis? Mann, du. flowerst piller. Dann, du.